Der Geist des Antichristen herrscht überall dort, wo ich nicht erkannt werde. Dort hat er sein Werk der Verwirrung schon angerichtet, er hat die Menschen in ihre Erkenntniskraft geschwächt, er hat alles verdunkelt, er hat die Wahrheit verdrängt und die Menschen verblendet mit seinen Truglicht. Er hat als mein Gegner seine Macht genützt und also widämisch gearbeitet. Er hat als besonderes Kampfmittel das Bild des göttlichen Erlösers Jesus Christus aus dem Herzen der Menschen gerissen und wirkt also wieder Christus und das in verstärktem Maße, je näher das Ende ist. Es ist sein Werk, dass die Menschen sich entfernt haben von mir, dass sie nicht mehr an Jesus Christus glauben und daher auch den Weg zu mir nicht mehr finden. Und doch ist sein Wirken nur möglich, weil sich die Menschen nicht zu wehr setzen, seinen Angriffen und seinem Beginnen, denn sie können sich wehren, wenn sie es wollen. Sie sind als selbstständige Wesen auf die Erde gesetzt worden und haben völlig freien Willen. Von mir aus ist den Menschen die Möglichkeit gegeben, mit Herz und Verstand die Eindrücke um sich aufzunehmen und sie im Herzen und mit dem Verstand durchzuarbeiten, Denn ich habe keine Maschinen geschaffen, die ihre Tätigkeit ausführen müssen nach dem Gesetz des Meisters. Ich habe euch menschenfrei hinausgestellt, euch Verstand und Vernunft gegeben und wirke durch alle Geschehnisse ständig auf euch ein, im guten Sinne. Auch er lässt seine Macht nicht ungenutzt. Er sucht ebenso auf euren Willen einzuwirken, doch die letzte Entscheidung bleibt bei euch Menschen selbst. Aber es gibt ein Mittel, dessen ihr euch nur zu bedienen braucht, meines Liebegeistes, meine Kraft, die euch zum jeden Widerstand befähigt, gegen die Anfestungen eures Feindes. Diese Kraft könnt ihr euch ständig erwerben, so ihr selbst nur die Liebe übt, also meine liebe Kraft euch aneignet, die euch ungemessen zur Verfügung steht, die aber nur durch Liebe wirken erworben werden kann. Mein Gegner ist ein Feind der Liebe, und ihn werdet ihr stets besiegen können, so ihr ihm mit der Waffe der Liebe entgegentretet. Dann geht ihr den Weg, Christi, ihr geht den Weg der Liebe, denn auch er gegangen ist, ihr seid also dann ihm angehörig, und er ist nun euer Beschützer, euer Führer, er ist euer Erlöser geworden durch euer Willen, der sich ihm angeschlossen hat durch die Liebe. Solange aber die Menschheit ohne Liebe ist, erkennt sie ihm nicht, und dies bewegt sein Gegner, der seine Macht zu erhöhen glaubt, wenn er die Macht Jesu verringert. Sein Wirken richtet sich auffällig gegen ihn, und jeder Mensch, der sich von Jesus Christus abwendet, der ihn verleugnet, der ihn abweist, so er ihm im Wort entgegentritt, ist in der Gewalt des Antichristen, er ist selbst ein Antichrist, der willig ausführt, wozu ihn der Satan eintreibt. Hütet euch vor diesen Antichristen, und ob sie gleich edle Ziele anzustreben, vorgeben. Sie sind in seiner Gewalt, und daher auch meine Gegner, und werden ihre Gegnerschaft büßen müssen am Tage des Gerichtes, der Zehnais. Amen.